Aber man muss ganz klar sagen, seit den 80er, 90er Jahren, also die Bio-Aquakultur-Richtlinien wurden erst Mitte der 90er Jahre überhaupt entwickelt. Was daraus hervorgegangen ist, ist, dass der konventionelle Aquakultursektor ganz stark angefangen hat, über Nachhaltigkeit nachzudenken und viele Ansätze auch aus den Bio-Richtlinien übernommen hat, was Nachhaltigkeit allgemein angeht. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, eine heutige Fischzucht ist im Normalfall nicht mehr mit einer Fischzucht vor 30 Jahren zu vergleichen. Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus und unserer zweiten Folge mit Dr. Timo Stadtlander. Nachdem wir letztes Mal über den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Meere gesprochen haben, geht es heute nun um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Aquakulturproduktion und die Fischerei. Und wir klären, was genau man eigentlich unter Aquakulturen versteht und welche Form von Fischproduktion die nachhaltigste ist. Hallo Timo. Dieses Mal nutzen wir doch die Möglichkeit und du stellst dich einfach mal selber vor. Also, hi, ich bin Timo, Arbeiter am Fibel, bin dort im Department für Nutztierwissenschaften. Ursprünglich vor 10, 11 Jahren habe ich hier angefangen mit Projektleitung von Aquakulturprojekten. Seit 2019 bin ich Co-Leiter der Tierernährungsgruppe. Und an was genau forschst du? Unterschiedlich. Anfangs, die ersten Jahre waren das hauptsächlich Fischfütterungsstudien. Und über die Fischfütterung bin ich jetzt in Richtung alternative Proteinquellen gekommen. Wir hatten schon relativ zu Anfang Projekte zu Insektenmehlen als Tierfutter. Das ist mittlerweile auf EU-Ebene und in der Schweiz zugelassen für die Tierernährung von aquatischen Tieren. Mittlerweile auch in der EU für Schweine und Geflügel. Auch schon einige Jahre arbeite ich am Thema Wasserlinsen. Das sind kleine Schwimmpflanzen, die kennt man auch als Entengrütze. Einfach, wenn ein kleiner Tümpel oder Teich oder See komplett grün bewachsen ist, dann ist die Chance hoch, dass das Wasserlinsen sind, die auf der Wasseroberfläche wachsen. Diese Wasserlinsen sind sehr erfolgreich in der Aufnahme von Nährstoffen, insbesondere von Stickstoff oder Phosphor. Und können dabei extrem hohe Wachstumsraten erreichen und dabei sehr viel Protein produzieren. Deutlich mehr als Soja im vergleichbaren Zeitraum und auf vergleichbarer Fläche. Ein kleines Projekt, das wir letztes Jahr hatten, ist in Bezug zu Bio-Aquakulturen und dem Klimawandel. Deswegen sitze ich ja hier. Genau. Und da haben wir halt geschaut, wie die Resilienz, also die Widerstandskraft von Schweizer Bio-Aquakulturen gegenüber den Effekten vom Klimawandel so zurzeit ist und was man eigentlich tun könnte oder tun müsste, um diese Resilienz, also die Widerstandskraft der Aquakulturen, die Anpassungsmöglichkeiten zu erhöhen, zu verbessern oder überhaupt zu gewährleisten. Von wem wird das Projekt unterstützt? Das ist finanziert von Coop Nachhaltigkeitsfonds und von der Bio-SWIS. Vielleicht mal vorneweg, was sind denn überhaupt Aquakulturen? Also im Großen und Ganzen ist Aquakultur das Pendant zur Landwirtschaft, nur halt im Wasser. Das heißt, das ist die Produktion von aquatischen Organismen. Dazu zählt das, was bei uns eigentlich relativ bekannt ist. Und für die meisten Durchschnittsschweizer, Durchschnittsdeutschen, Durchschnittsösterreicher sind das sicherlich in Aquakultur produzierte Fische. Entweder lokal produzierte Fische, wie zum Beispiel Forellen, Regenbogenforelle oder Bachforelle, aber auch vielleicht der Saibling, der nicht mehr so weit verbreitet ist. Aber im Supermarkt die bekannteste Fischart, die aus Aquakultur stammt, ist sicherlich der Atlantische Lachs, wovon der Großteil in Norwegen, gefolgt von Schottland und Irland, produziert wird. Zur Aquakultur zählen aber auch solche Exoten, wie zum Beispiel Krokodile. Aber eigentlich auf globaler Ebene ist die Aquakulturproduktion so bei irgendwas um die 120 Millionen Tonnen pro Jahr, wovon der Großteil Fische sind, also Knochenfische, rund die Hälfte circa. Was sind Knochenfische? Knochenfische, Fische. Also das Gegenteil zu, also dann gibt es noch Knorpelfische, das sind zum Beispiel Haie, Rochen und Chimären. Knochenfische sind halt 0,815 Fische. Sowas wie der Hering, die Scholle oder eben der Lachs oder die Forelle. Die Aquakultur kann man ein bisschen nach Regionen aufteilen. Also klar, tropische Aquakultur ist anders als Aquakultur in den gemäßigten Breiten. Man kann sie aber auch nach quasi Gewässertyp aufteilen. Also zum Beispiel, also oder Salzgehalt könnte man das besser nennen vielleicht. Also nach Marina Aquakultur, Süßwasser oder Brackwasser Aquakultur. Zu Süßwasser zählt Wasser, dessen Salzgehalt bei unter 0,1 Prozent liegt. Also 0,1 Gramm pro Liter. Zu Salzwasser zählt wiederum Wasser, dessen Salzgehalt bei mindestens 1 Prozent liegt. Wenn in Wasser eine Salinität, also ein Salzgehalt zwischen 0,1 Prozent und 1 Prozent gegeben ist, dann handelt es sich um Brackwasser. Bei der Fischproduktion überwiegt ganz klar die Produktion von Süßwasserfischen. Das sind nämlich hauptsächlich ein Großteil davon die Karpfen oder Karpfenartige, die wiederum zu einem Großteil in Asien produziert werden. Die Marinefischproduktion ist eher klein mit rund 5 Millionen Tonnen im Jahr. Aber wenn du die landwirtschaftliche Produktion nimmst, das sind ja vielfach natürlich Pflanzen, die eben übrigens auch in Aquakultur produziert werden. Dort sind es dann halt Algen, hauptsächlich Makroalgen, also große Algen, Kelp oder Tange, aber auch Mikroalgen. Aber wenn du die landwirtschaftliche Produktion nimmst, dann sind wir bei über einer Milliarde Tonne im Jahr. Weit über einer Milliarde Tonne. Ich glaube allein Weizen sind schon 700 Millionen Tonnen, Reis sind irgendwas um die 700, 800 Millionen Tonnen und so weiter und so fort. Da fallen dann 5 Millionen Tonnen wirklich nicht so sehr ins Gewicht von den Marinenfischen. Dazu kommen dann aber nochmal so knapp 4 Millionen Tonnen, 4,5 Millionen Tonnen Brackwasser und eben irgendwas um die 45, 50 Millionen Tonnen Süßwasserfische. Bei den Algen ist es so, dass man rund ein Drittel bis ein Viertel werden eben in Aquakultur produziert. Und dann gibt es noch die große, relativ große Gruppe der Mollusken zum Beispiel, also Schnecken und Muscheln, hauptsächlich Muscheln. Jeder kennt Austern, die großteils in Aquakultur produziert werden, teilweise aber auch wild geerntet werden, was dann aber eher zur Fischerei zählen würde. Dann gibt es auch noch die mittelgroße Gruppe der Krebstiere. Das sind so 8 Millionen Tonnen, da zählen zum Beispiel ein Großteil der im Supermarkt gekauften Krevetten oder Schrimps dazu. Wichtig zu sagen bei Aquakultur wäre noch, dass im Gegensatz zur Fischerei Aquakultur halt klar gemanagt ist. Das heißt, bei Aquakulturproduktion hat man immer irgendwo auch einen Besitzer. Die Besitzstände sind klar geregelt. Das ist auch so definiert von der FAO, also der Welternährungsorganisation oder Food and Agricultural Organization of the United Nations, dass da immer irgendwie Besitzstandsverhältnisse klar sind. Während in der Fischerei natürlich da, wo die Fische sind und gefangen werden, solange das innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen ist, also innerhalb der 200 Seemeilengrenze, ist es auch mehr oder weniger klar, wem die Fische gehören, wobei Lizenzen auch an andere Länder verkauft werden können. Aber wenn es außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen ist, also internationalen Gewässern, da ist es dann nicht mehr ganz so klar, wem dann die Fische dort gehören. Und die Fische halten sich nun mal nicht so sehr an von Menschen gemachte oder geschaffene Grenzen oder gesetzte Grenzen, sondern schwimmen halt dahin, wo sie hinschwimmen wollen, müssen, tun oder was auch immer sie dann davor haben. Wo sind denn jetzt die Unterschiede zwischen Bio-Aquakulturen und konventionellen Aquakulturen? Nun, es gibt strengere Richtlinien. Es ist vieles nicht erlaubt in der Bio-Aquakultur, was in der konventionellen Aquakultur erlaubt ist. Das hängt aber natürlich auch von der Richtlinie ab. Habe ich die EU-Richtlinie, habe ich eine private Richtlinie, habe ich die Bio-Suisse in der Schweiz, das ist eine private Richtlinie, keine nationale oder staatliche Richtlinie. Habe ich Naturland, habe ich Bioland, habe ich irgendeine international aktiveres, eine aktivere Richtlinie. Naturland ist zum Beispiel international relativ weit verbreitet und erlaubt die Produktion von Raubfischen, also zum Beispiel Lachsen und Forellen. Bioland wiederum tut das nicht. Die sagen halt, Raubfische sollten generell nicht bio-zertifizierbar sein. Bio-Suisse orientiert sich relativ stark an Naturland und hat dort auch historisch gesehen viele Verbindungen zu Naturland. Und dementsprechend sind die Richtlinien relativ ähnlich. Wie hat der Klimawandel die Aquakulturproduktion beeinflusst? Also die wichtigsten Effekte durch die Erderwärmung und den Klimawandel sind unvorhersehbareres Wetter. Der Jahresniederschlag, der wird sich im Großen und Ganzen vermutlich nur gering ändern. Das heißt, entweder er nimmt etwas ab oder er nimmt etwas zu, aber er wird unvorhersehbarer. Das heißt, wir werden in bestimmten Regionen relativ lange Trockenphasen haben und dann kommt sehr viel Niederschlag in sehr kurzer Zeit, was dann auch zu starken Überflutungen führen kann. Zu sehr starken Überflutungen, wie man das vor anderthalb Jahren auch in Deutschland gesehen hat. Auch die Schweiz ist betroffen gewesen, aber längst nicht so stark, weil sie tatsächlich relativ gut sich auf solche Hochwassernüberschwemmungen vorbereitet hat, nach ein paar katastrophalen Regenfällen vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, 15, 20 Jahren oder so. Diese Überschwemmungen oder diese Sturzregen sind natürlich ein Problem für Fischzuchten, weil die auch überschwemmt werden können. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Das ist auch nichts, wo man als Fischzucht, als Fischzüchter irgendwie was groß machen kann. Auch wir vom Fibel oder auch mit der Bioswiss zusammen haben da nicht so viele Einflussmöglichkeiten. Aber es gibt Effekte, die eben eigentlich schlimmer sind, dramatischer sind. Und zwar das sind Hitzeperioden und Dürreperioden. Hitzeperioden, weil sich das Wasser einfach schlichtweg stark aufwärmt. Mit mehr Hitze habe ich auch mehr Wasserverdunstung. Wenn ich genügend Frischwasser zur Verfügung habe, ist das nicht so das große Problem. Aber wenn das Wasser sich aufwärmt, dann bedeutet das, dass die Sauerstofflösigkeit im Wasser abnimmt. Je wärmer das Wasser ist, desto geringer ist die Sauerstofflösigkeit. Wenn ich 100% Sauerstoff im Wasser gelöst habe, dann habe ich bei 10 Grad Wassertemperatur ungefähr 12 Milligramm pro Liter Sauerstoff im Wasser. Bei 20 Grad Wassertemperatur habe ich nur noch ungefähr 8 Milligramm. Also rund ein Drittel weniger. Und beides hat 100% Sättigung. Das ist für bestimmte Fischarten nicht so problematisch. Aber für die Fischarten, die wir hier hauptsächlich in der Bio-Aquakultur produzieren, die Salmoniden oder die Forellen eben, hauptsächlich ist es die Regenbogenforelle, für die macht das schon was aus. Weil das sind Fischarten, die sind eher kalt bis temperiert angepasst. Also kalt bis mittlere Temperatur angepasst. Die mögen es nicht, wenn es zu warm wird. Wenn das Wasser 20, 22 Grad hat, dann schwimmen die auch langsam mal kiel oben. Und solche Hitzeperioden bedeuten eben dann eine Verschlechterung der Wasserqualität, weil ich weniger Sauerstoff zur Verfügung habe. Und eine Dürreperiode erklärt sich eigentlich von selbst, wenn es lange nicht regnet, dann werden die Flüsse weniger Wasser führen. Und wenn die weniger Wasser führen, dann werden auch die Aquakulturen, die das Wasser nutzen, mehr Probleme haben. Weil es eben weniger Frischwasser zur Verfügung hat. Und das ist einer der Punkte, die eben Bio-Aquakulturen großteils ausmacht. Sie sind hauptsächlich Durchflussanlagen. Das heißt, das Wasser fließt oben rein, die Fische schwimmen in dem Wasser und das Wasser fließt unten wieder raus. Es wird genutzt, aber es wird ja nicht verbraucht. Trotzdem habe ich da bestimmte Aspekte, die problematisch sein können, weil die Fische eben ihre Ausscheidungen ins Wasser rausgeben. Also Urin und Kot. Und das Wasser damit mit Nährstoffen anreichern. Bevor das Wasser wieder in den Vorfluter, also in den Fluss oder wo auch immer das herkommt, zurückgeht, sollte das Wasser eigentlich gereinigt werden. Das heißt, Bio-Aquakulturen sollen eigentlich Absetzbecken haben oder Naturteiche, natürliche Biofilter, wo eben ein Teil der Nährstoffe zurückgehalten wird. Idealerweise so viel wie möglich. Nahe 100 Prozent ist wünschenswert, passiert aber leider nicht immer. Und dann geht das Wasser zurück in den Vorfluter. Und wenn ich aber weniger Frischwasser zur Verfügung habe, kann ich eben weniger Wasser durchfließen lassen durch die Anlage. Das heißt, die Nährstoffemissionen am Ende der Anlage nehmen wahrscheinlich zu, beziehungsweise die Nährstofffracht oder Konzentration nimmt zu. Zudem habe ich ein Problem, wenn ich nicht weiß, ob nächstes Jahr ein Hitze- und Dürrejahr wird oder nur ein Hitzejahr oder nur ein Dürrejahr. Ich kann ja nicht nach Belieben einfach Fische einsetzen und rausnehmen. Das heißt, ich muss ja eine gewisse Planungssicherheit haben. Das heißt, ich muss irgendwie wissen, mit wie vielen Fischen gehe ich denn jetzt in die nächste Produktionsphase rein? Wie viele Fische setze ich denn ein? Ich weiß nicht, wie das Wetter nächstes Jahr wird. Also habe ich von meinem Wasservolumen, könnte ich eigentlich, als Beispiel könnte ich eigentlich 20 Tonnen Fisch produzieren. 20 Tonnen Regenbogenforelle. Wenn ich aber in einem Dürrejahr nur 50 Prozent der verfügbaren Wassermenge habe, darf ich eigentlich nur 10 Tonnen produzieren. Aber das weiß ich ja im Vorfeld nicht. Also gehe ich jetzt mal mit 15 Tonnen rein und dann habe ich plötzlich ein sehr gutes Jahr, ein sehr nasses Jahr. Scheiße, hätte ich mal 20 Tonnen produziert. Oder ich habe ein Dürrejahr, jetzt habe ich immer noch 5 Tonnen zu viel, weil ich eigentlich eben nur 50 Prozent der verfügbaren Wassermenge habe. Und das ist unvorhersehbar. Das ist schwierig für die Bio-Aquakulturen. Die Planungssicherheit ist stark beeinträchtigt. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, außer jetzt die Anzahl der Fische zu ändern, als ProduzentInnen darauf zu reagieren? Ja, und diese Vorschläge haben wir eben in diesem Klimawandelprojekt auch erarbeitet. Aber die Vorschläge sind sehr begrenzt in der Bio-Aquakultur. Also es gibt die konventionelle Aquakultur, baut sehr viele geschlossene Kreislaufanlagen. Das ist teilweise eine Industriehalle. Der sieht man nicht an, dass da innen drin eine Becken sind mit Fischen. Oder auch können auch andere Tiere sein, Krivetten, Schrimps. Bei uns werden eigentlich keine Wasserpflanzen produziert, also keine Algen, Makroalgen oder Mikroalgen ein paar, aber sehr wenig. Es werden auch keine Schalentiere, Molusken, also Schnecken oder Muscheln produziert. In der Marikultur, also am Meer, in Küstenregionen passiert das sehr viel. Also Austern zum Beispiel oder Miesmuscheln. Das haben wir hier aber nicht, weil wir eben keine Meeresküsten haben in der Schweiz. In der Bio-Aquakultur sind aber geschlossene Kreislaufanlagen verboten. Die sind nicht zugelassen. Wir haben aber die Möglichkeit, einen gewissen Prozentsatz des Wassers wiederzuverwerten, zu rezyklieren. Das heißt, ich kann mit technischen Möglichkeiten, dazu brauche ich dann aber Pumpen, die brauchen wieder Strom. Dazu brauche ich Biofilter und mechanische Filter, zum Beispiel Trommelfilter. Kann ich das Wasser wieder aufbereiten und wieder nach vorne zum Eingang der Farmpumpen und wiederverwenden. Und das ist tatsächlich etwas, was vermutlich verstärkt kommen wird oder eventuell sogar kommen muss. Hängt natürlich auch von dem Standort der Farm ab, weil die eine Farm hat einen sehr idealen Standort, hoch in den Bergen. Da ist das Wasser eh immer kühl und sie haben noch genug Wasser, weil wir noch Gletscher haben. Wie das dann in 10, 15, 20 Jahren aussieht, wird sich dann zeigen. Eine andere Farm, die eher im Tiefland ist, die hat dann vielleicht mehr Probleme, weil sie eben doch nicht so viel frisches, kaltes Wasser zur Verfügung hat. Und die muss dann mehr über technische Möglichkeiten nachdenken. Das ist mal das Wiederverwenden des Wassers. Eine andere Möglichkeit ist, technischen Sauerstoff zu verwenden. Also technischer Sauerstoff ist rein Sauerstoff, 100% O2 und der ist derzeit in der Bio-Aquakultur verboten. Nicht nur in der Schweiz, auch in der EU und von eigentlich nahezu allen Bio-Richtlinien ist der nicht zugelassen. Aus wiederum verschiedenen Gründen. Die da wären. Die wären. Also zum Beispiel einmal möchte man verhindern, dass die Besatzdichte über das, was erlaubt ist, quasi hinausgebracht wird. Die Besatzdichte kann man an einem Teich nicht sehen. Wenn ich an einem Teich oder Fließkanal stehe, dann weiß ich nicht, habe ich da jetzt 10 Kilogramm pro Kubik, habe ich da 15 Kilogramm pro Kubikmeter oder habe ich irgendwie 20 Kilogramm pro Kubik. Und ich habe einfach eine festgelegte Menge, die ich haben darf. Und das muss aber auch in den Büchern eigentlich drin stehen. Es ist aber schwer zu überprüfen. Ich kann in den Büchern das eine stehen haben und kann dann in meinen Anlagen was anderes drin stehen haben. Ich will jetzt niemandem nirgendwo unterstellen, dass das gemacht wird. Aber die Angst war ursprünglich mal da, weil ein großer Teil der Produktion, der Bio-Produktion, findet auch gar nicht in Europa statt, sondern tatsächlich in anderen Ländern, die nicht so gut zu kontrollieren sind oder wo die Kontrollmechanismen nicht ganz so einfach sind. Und das ist mal die eine Angst, das ist einer der Gründe gewesen für das Verbot von technischem Sauerstoff. Ein anderer Grund ist einfach, dass man eine natürliche Produktion haben wollte. Das heißt, ich möchte eigentlich nur so viele Fische, wie auch die sogenannte Tragfähigkeit meines Wasserkörpers oder die Carrying Capacity eigentlich ist. Und die ist einfach limitiert durch physikalisch, biologisch-physikalische Gesetzmäßigkeiten, die eben der Hauptparameter ist Sauerstoff. Und wenn ich nicht genug Sauerstoff habe für so und so viele Fische, dann darf ich einfach auch nicht mehr Fische reinsetzen in den Teich. Und dennoch ist es so, dass ich mit Sauerstoff ein sehr mächtiges Mittel eigentlich habe. Stressoren, die durch eben Klimawandeleffekte hervorgerufen werden, Wärme, dadurch verringerte Sauerstofflöslichkeit im Wasser. Dass ich dadurch durch Wärme habe ich, je wärmer das Wasser ist, hatte ich vorhin ja schon gesagt, desto geringer ist die Sauerstofflöslichkeit im Wasser. Das heißt, da kann ich dann mit technischem Sauerstoff gegensteuern. Und wenn ich eine Dürreperiode habe, dann habe ich natürlich auch weniger Wasser. Und eine hohe Sauerstoffsättigung im Wasser, eine hohe Sauerstoffkonzentration hilft den Fischen halt auch, bestimmte Stressoren besser zu bewältigen. Hohe Sauerstoffkonzentrationen im Wasser bedeuten aber auch, dass ich eine verbessere Verdaulichkeit des Futters habe. Das heißt, das Futter wird besser umgesetzt. Das heißt, das wiederum bedeutet, dass ich weniger Emissionen habe, also weniger Stickstoff- und Phosphoemissionen. Das heißt, es ist eigentlich wünschenswert, wenn die Sauerstoffsättigung im Wasser nahe 100 Prozent ist. Und was gibt es für Möglichkeiten, auch die Bio-Aquakulturproduzenten jetzt besser auf den Klimawandel vorzubereiten? Was man tun kann, ist eben genau das. Man muss die Richtlinien dahingehend verändern, um eben die Anpassungsfähigkeit der Fischzüchter an diese Klimawandeleffekte zu stärken und zu erhöhen, dass man eben technischen Sauerstoff dann erlaubt oder zumindest bei bestimmten Fischarten erlaubt. Und da bei uns die Hauptfischart in der Schweiz, die Haupt-Bio-Fischart, die Regenbogenforelle ist und die nun mal doch eher empfänglich ist für niedrige Sauerstoff- und hohe Wassertemperaturen oder eben empfindlich ist gegenüber niedrigen Sauerstoff- und hohen Wassertemperaturen, dass man dann eben sagt, okay, in der Schweiz erlaubt die Bio-Swiss bei Salmoniden technischen Sauerstoff einzusetzen. Wie wirkt sich der Temperaturanstieg auf die Gesundheit der Tiere aus? Das hängt mit Stressoren zusammen. Das heißt, wenn das Wasser wärmer wird, ist das ein Stressor, gerade für Regenbogenforellen. Die haben als Optimumwässertemperatur eigentlich so 10, 12 bis 14 Grad. Es gibt natürlich Stämme, die sind warm adaptiert. Zum Beispiel in Südafrika gibt es Stämme, die fressen und wachsen und gedeihen noch bei 22 Grad Wassertemperatur. Die hier in der Schweiz genutzten Regenbogenforellen würden bei 22 Grad schon sehr viel Mühe haben oder teilweise halt auch schon sterben. Es gibt verschiedene Krankheiten, die eben auch temperaturabhängig sind. Zum Beispiel die Pancreatic Kidney Disease ist auf Englisch proliferative Nierenerkrankung, heißt sie auf Deutsch. Und da gibt es eine klare positive Korrelation zwischen der Temperatur und der Mortalität. Das heißt, wenn es wärmer wird, wenn die Stressoren zu stark werden, dann sterben sie halt auch schneller. Oder die Krankheit breitet sich schneller und weiter aus zum Beispiel. Und allgemein ist eine Krankheit bricht dann aus, wenn eben das Immunsystem der Tiere versagt. Und das versagt halt schneller, wenn sie zu viel Stress haben. Und eben wieder einmal, wenn ich zu starke oder zu viele Stressoren habe, dann passiert es schneller mal, dass sich eine Krankheit irgendwo entwickelt, die ich halt dann entweder behandeln kann oder auch nicht. Manche Krankheiten kann man nicht behandeln. Es gibt auch Krankheiten, bestimmte Viruserkrankungen, die sind auszurotten. Die zählen als auszurottende Krankheiten. Es gibt welche, die sind nur meldepflichtig. Aber wenn ich eine auszurottende Krankheit habe, dann muss mein Bestand gekeult werden, kurz gesagt. Und es ist oftmals eine Frage der Homöostase bei den Tieren. Das heißt, wenn das Tier im Gleichgewicht ist, und damit meine ich jetzt nicht irgendein esoterisches Gleichgewicht, sondern ich meine ein tatsächliches Körpergleichgewicht mit Nährstoffaufnahme, mit Sauerstoffverfügbarkeit, mit dem Welfare, mit dem Wohlbefinden der Tiere, also mit einem physiologischen Gleichgewicht, mit einem immunologischen Gleichgewicht etc., dann geht es dem Tier gut und es wächst und gedeiht. Und wenn eben zu viele Stressoren kommen, dann kann es schneller passieren, dass die Tiere aus dem Gleichgewicht geraten, welches Gleichgewicht das dann auch immer sein mag. Und wie ist das im Meer? Also wie beeinflusst der Klimawandel die Meerestiere? Also allgemein haben wir natürlich, der Klimawandel per se beeinflusst natürlich hauptsächlich durch die Erwärmung. Das Meer wird wärmer und je wärmer das Wasser wird, hatte ich ja auch schon gesagt, desto weniger Sauerstoff kann das Wasser halten. Das heißt, wir haben eigentlich einen zunehmenden Sauerstoffmangel im Meer. Die verändernden Meerestemperaturen und eben abiotischen Faktoren, also Sauerstoffverfügbarkeit, Nährstoff etc. bedeuten auch, dass sich die Meerestiere anders verteilen. Das heißt, da, wo früher bestimmte Fischarten quasi sich hauptsächlich aufgehalten haben, die wandern ab. Das ist zum Beispiel sehr deutlich zu sehen am Kabeljau in der Nordsee. Der wandert halt in die nördliche Nordsee und so wird es Verschiebungen von verschiedenen Fischarten in andere Regionen geben. Neue Fischarten werden dann wieder dazukommen, klar, weil da, wo das Wasser jetzt vorher zu kalt war, da kommen dann eben welche hin, die da jetzt sich auch gerne aufhalten möchten oder aufhalten würden. Was das allerdings auch bedeutet, ist, dass manche Tiere können irgendwann nicht mehr ausweichen. Also gerade sessile Tiere, also alles, was irgendwo festgewachsen ist, Korallenriffe oder bestimmte Algen, die können natürlich nicht wandern. Das heißt, die verschieben sich dann auf andere Arten und Weisen. Da, wo es dann ungünstig ist, da sterben sie aus. Da, wo es dann günstig ist, siedeln sich diese Arten dann wieder an. Das heißt, es wird einfach eine komplette Verschiebung im Meer von den verschiedenen Arten geben. Manche Staaten werden davon profitieren, andere werden davon nicht so gut profitieren, weil es dann da um Fischereirechte geht, um ausschließliche Wirtschaftszonen und Absprachen zwischen den verschiedenen Staaten oder auch internationale Absprachen zur Nutzung der Fischbestände im internationalen Raum. Aber ein quasi Effekt, den wir auch im Meer merken, ist natürlich mit höheren Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre, nimmt das Meer auch mehr Kohlendioxid auf. Das Meer ist sowieso der weltweit eigentlich größte Speicher an Kohlenstoff oder beziehungsweise der größte Puffer auch. Wenn wir das Meer nicht hätten, dann hätten wir jetzt schon längst eine Saunaerde wahrscheinlich. Aber Kohlenstoff, Kohlensäure, man kennt das aus Mineralwasserflaschen, ist eben sauer. Das ist eine schwache Säure und damit mit steigender Kohlenstoffdioxidkonzentration im Meer versauert das Meer auch. Das heißt, der pH-Wert sinkt. Und das ist für manche Organismen kann das vermutlich sehr dramatische Folgen haben, gerade für kalkbildende Organismen, also alle Schnecken, Muscheln, aber auch riffbildende Korallen zum Beispiel. Und es gibt natürlich noch andere Stressoren, die Korallenriffe oder auch andere Ökosysteme im Meer stark beeinträchtigen. Das sind Nährstoffemissionen, hauptsächlich durch landwirtschaftliche Tätigkeiten, durch anthropogene, durch menschgemachte Tätigkeiten. Das ist nicht nur die Landwirtschaft, die diese Emissionen ausstößt. Das ist auch die Industrie, der Verkehr. Und es gibt schöne Studien aus Florida zum Beispiel, die gezeigt haben, dass obwohl sich das Meer erwärmt, das Korallensterben relativ gering ist. Das heißt, die Korallen haben eine gewisse Resilienz gegenüber Veränderungen, gegenüber Stressoren. Aber wenn gleichzeitig noch hohe Stickstoffemissionen ins Meer kommen, dann überschreiten diese Stressoren halt die Resilienzfähigkeit und dann geht das Korallensterben halt los. Und wir haben Korallensterben an vielen Riffen. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich das Great Barrier Reef an der Ostküste von Australien, wo das Korallensterben teilweise sehr massiv ist. Und ja, das wird auch nicht besser werden mit der Zeit. Wahrscheinlich. Korallenriffe sind sehr artenreiche Ökosysteme und beherbergen eine Vielzahl von Meereslebewesen. Wenn Korallen sterben, verlieren viele Organismen, die von den Riffen abhängig sind, ihren Lebensraum und ihre Nahrungsquelle. Es kommt zu einem Mangel an Biodiversität, einer Beeinträchtigung der Nahrungskette, aber auch einem Verlust von Küstenschutz. Wenn ich als Konsumentin jetzt im Supermarkt stehe, dann eher Fisch aus Bio oder aus konventioneller Aquakultur? Klar Bio. Wobei, das kommt jetzt erstmal aus der Pistole geschossen, klar Bio, weil ich auch am Fibel arbeite und in dem Bereich tätig bin. Aber man muss ganz klar sagen, seit den 80er, 90er Jahren, also die Bio-Aquakultur-Richtlinien wurden erst Mitte der 90er Jahre überhaupt entwickelt. Damals von Naturland, der Soil Association in England, das ist eben dort ein privater Bio-Verband, und einem österreichischen Fischproduzenten, der das sehr stark damals angestoßen hat. Was daraus hervorgegangen ist, ist, dass der konventionelle Aquakultursektor ganz stark angefangen hat, über Nachhaltigkeit nachzudenken und viele Ansätze auch aus den Bio-Richtlinien übernommen hat, was Nachhaltigkeit allgemein angeht. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, eine heutige Fischzucht ist im Normalfall nicht mehr mit einer Fischzucht vor 30 Jahren zu vergleichen. Und wie sieht es aus beim Lachs? Sollte ich da eher zu Aquakultur oder Wildfang greifen? Hat beides Vor- und Nachteile. Die Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenemissionen, eben Stickstoff- oder Phosphoreemissionen, ist sicherlich bei Wildfang höher. Das Tierwohl ist wahrscheinlich, zumindest das Tierwohl beim Fangen, Betäuben und Schlachten, sprich Töten, ist sicherlich in der Aquakultur höher, weil Wildfangfische nicht betäubt werden vorm Töten. Die werden im Normalfall ersticken, die in den überwiegend meisten Fällen. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, was möchte ich als Konsument? Ist mir das Tierwohl wichtiger? Dann würde ich eher, zumindest wenn es eine gute Produktion ist, mit nicht zu hohen Besatzdichten, mit guter Wasserqualität etc., dann würde ich eher zu Aquakultur tendieren. Wenn mir die Natürlichkeit wichtiger ist und die Ressourceneffizienz, also gerade, dass ich kein Futter einsetzen muss, sondern eben natürlich aufgewachsene Fische bevorzuge, dann kann ich zu Wildfang greifen, wenn dieser denn auch zertifiziert ist. Es gibt da zwar keine Bio-Zertifizierung, aber es gibt zum Beispiel sowas wie MSC, also Marine Stewardship Council. Problematisch ist teilweise, dass nicht jede MSC-zertifizierte Fischerei auch wirklich nachhaltig ist, aber das ist ein komplett anderes Thema und das fast sollte man hier eigentlich nicht aufmachen. Was würdest du jetzt Konsumenten, die sich gerne nachhaltig ernähren würden, generell in Bezug auf Aquakulturen empfehlen? Also ich meine, das ist ja nicht nur in Bezug zu Aquakultur. Also Aquakultur bedeutet eben für die meisten Menschen in unseren Breitengraden Fisch. Es ist aber eben nicht nur Fisch, es betrifft noch eben viele andere Organismen. Aber generell wird ja gesagt, man sollte ein- bis zweimal pro Woche Seafood oder eben Omega-3-fettsäurenreiches tierisches Material Fisch essen. Also meistens dann eben entweder Makrele oder Hering, Wildfische oder eben Zuchtfische. Da sind es dann im Normalfall eher die Lachse, die relativ Omega-3-reich sind. Das ist mal das von dem Gesundheitsaspekt für uns Menschen. Die Frage ist aber nach der Nachhaltigkeit, wie viel kann ich denn noch konsumieren? Was verträgt denn eigentlich unser Planet? Und wenn jeder Mensch zwei- bis dreimal pro Woche Lachs essen würde, dann würde die produzierte Menge Lachs weltweit gar nicht ausreichen. Und b muss ich auch die Lachse wieder füttern. Dafür muss ich wieder irgendwo Futtermittel herbekommen. Dafür muss ich wieder landwirtschaftliche Nutzfläche verbrauchen und Futtermittel importieren, zum Beispiel aus Südamerika, Soja oder so. Und das hat dann wieder ganz andere Nachhaltigkeitsauswirkungen. Das heißt, die Frage nach der Gesundheitsförderung auf der einen und der Nachhaltigkeit auf der anderen ist natürlich etwas, das muss letzten Endes jeder Konsument mit sich selber ausmachen. Aber wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, sollte man eigentlich nicht zu viel Fleisch essen. Und auch wenn das in vielen Ländern der Welt, Fisch nicht zu Fleisch gezählt wird, ist es doch ein tierisches Produkt. Das Tier muss produziert werden und gefüttert werden. Sprich, wir sollten also eigentlich auch nicht zu viel Fisch essen. Es gibt aber Aquakulturprodukte oder Seafood, die tatsächlich sehr nachhaltig sind und auch sehr gesund sind, nur leider bei uns sehr selten auf dem Speiseplan stehen, weil sie eben nicht traditionell bei uns verzehrt werden. Es gibt viele Arten, die in Aquakultur produziert werden und reich an Omega-3-Fettsäuren sind, nämlich die der trophisch niedrigeren Stufen. Das heißt, eine niedrige trophische Stufe ist in der Ernährungspyramide oder in der Nahrungskette am unteren Rand sich befindendes Lebewesen. Lachse und Forellen sind Raubfische. Die sind relativ hoch in der Nahrungskette, im Nahrungsnetz und haben eine hohe trophische Stufe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Muscheln, Miesmuscheln, Austern, keine Ahnung, das sind so die zwei häufigsten, die bei uns konsumiert werden. Man kann auch Herzmuscheln essen zum Beispiel. Die werden nicht in Aquakultur produziert, sondern die werden wild gefischt. Oder aber ich konsumiere Algen, dann tue ich eigentlich etwas sehr Gutes, sowohl für meine Gesundheit als auch fürs Klima, weil die niedrigen trophischen Stufen teilweise sogar Kohlenstoff senken sind. Die Produktion dieser Organismen niedrigerer, niedrigerer, trophischer Stufen. Man könnte auch Karpfen essen, aber die werden bei uns tatsächlich in der Schweiz gibt es nur sehr wenig Karpfenproduktion. Im Elsass gibt es relativ viel, in Bayern, in Franken gibt es relativ viel, in Osteuropa gibt es relativ viel und in Asien gibt es extrem viel. Da werden 95% der globalen Karpfen produziert. Karpfen sind eigentlich die am meisten produzierte Fischart beziehungsweise Gruppe von Fischen, also die Zypriniden, die Karpfenartigen, machen rund 50% der global produzierten Fische aus. Und die sind deutlich niedriger in der trophischen Stufe als die Raubfische. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Raubfischproduktion, die Lachsproduktion, die Forellenproduktion ist eben, hatte ich auch schon mal erwähnt, in den letzten 30 Jahren deutlich nachhaltiger geworden, auch die konventionelle. Dennoch ist es dann eine Frage der Menge. Niemand sagt, man soll keinen Lachs mehr essen, niemand sagt, man soll keine Forelle mehr essen, aber vielleicht nicht zweimal die Woche, sondern vielleicht nur einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Und das dann ein bisschen mehr zu einem Event machen, ein bisschen mehr zelebrieren vielleicht. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Danke dir, Timo, für deine Zeit und die zwei interessanten Ausflüge in die Wasserwelt. Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr auch wie immer in unseren Shownotes oder auch auf unserer Instagram-Seite Fibel unter Strich Fokus. Bei uns geht es mit einem ländlichen Problem weiter, und zwar den Weideparasiten. Wenn ihr Fragen oder auch Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.fibel.org. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Fibel Fokus, Timo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017